Willkommen im vierten Teil des Landwirtschaftssimulator 2015 hier bei L'OrealP. Wir befinden uns mitten im LS15 und sind in den letzten zwei Folgen mit diesem verschmutzten, versauten Trecker hier über die Map gefahren und haben sie uns angeschaut, aber halt nur zur Hälfte. Und daher würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die andere Hälfte an, bevor wir hier mit irgendwelchen Feldarbeiten anfangen. Und wir müssen uns noch den Gütebahnhof, den Getreidespeicher, die Molkerei, das Küstendorf und die Transportfirma angucken. Also die komplette rechte Seite der Map, die linke Seite haben wir uns in den letzten Folgen angeguckt. Schaut einfach in der Playlist oder einfach im Kanal, guckt einfach ab Folge 1 oder Folge 2 oder Folge 3, guckt euch an und dann wisst ihr mehr. So, wir fahren jetzt weiter mit diesem richtig dreckigen Trecker. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir hier rauskommen. Eigentlich müssen wir wieder hier zurückfahren, damit wir nämlich am Güterbahnhof noch vorbei müssen oder vorbeifahren. Wir sind hier falsch, wir müssen da abbiegen. Ach hier, ich habe mich gerade gefragt, wo dieses HUD ist, H-U-D. Okay, wir hatten nämlich früher in den Teilen immer so ein Teil, Dingens, so ein HUD, was immer angeblendet wurde. Das gibt es jetzt anscheinend dann im Vollbild. Wettervorhersage für eine ganze Woche, das ist natürlich lustig. Dann Nachrichten, Finanzen, Lagerbestand, Preise, Fahrzeugauswahl, wo die Fahrzeuge überall stehen. Das ist auch ganz gut. Und Wachstum, Fruchtsorten, auch nicht schlecht. Tierbestand und Gesamtstatistiken, ja nicht schlecht. Habe ich mich nämlich schon den ganzen Tag gefragt, ob es das noch gibt. Jetzt wissen wir es. So, und jetzt links. Oh, wir haben nicht nach Autos geguckt, aber da war keins. Zum Glück. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ein schöner Waldparkplatz. Ach, hier ist wieder so ein Infotafel-Dings da. Hier ist der Güterbahnhof. Wir stellen unseren Trecker wieder ordnungsgemäß in die Parkposition. Und dann gucken wir uns hier das Ganze mal an. Schönen Zug hier. Aber wir können leider... Doch, wir können da drüber. So, ach, hier können wir auch wieder den Zug losschicken. Ich bin schneller. Mann. Kann man da mitfahren? Ich will da mitfahren. Och, Mann. Das sind wir auf jeden Fall mal probieren. Das wäre mal ganz lustig zu wissen. Ob das wirklich geht. Hier ist anscheinend eine Waage oder sowas ähnliches. Ja. Ansonsten gibt es hier nicht so viel. Hier gibt es noch eine Tankstelle. Noch ein paar Parkplätze. Und das waren es dann auch schon. Also hier kann man jetzt wahrscheinlich auch einfach nur die Sachen abfüllen. Ja, fertig. Dann fahren wir zum Getreidespeicher. Mal gucken, ob es da interessanter wird. Wir klicken jetzt nochmal aufs... Ne, kann man nicht. Schade. Lustig zu wissen, was dann passieren würde. Boah, der Trecker sieht aus, ey. Leute, Leute, Leute. Jahnradio, Leute. ja haben wir hier was ist das denn für ein schild bald bald haus oder was soll das heißen wir gucken uns das an ob es hier irgendwas gibt anscheinend nicht schien die zirkus zelt oder wir haben auch hier die zirkus zelt auf dem zirkus aus der letzten folge da naja alle leute diese spiegel die sind ja mal so scheiße angebracht sorry leute was sind das für spiegel hier ist jetzt der getreidespeicher gibt es halt jetzt auch nicht so viel zu sehen ist ein bisschen wieder ach da steht ja noch ein trecker von uns ich werde verrückt ich werde nagel ach den hatten wir im tutorial in der ersten folge hat mir den hier hingestellt ist ja der knaller getreidespeicher okay wir fahren weiter mit unserem tefter 4 fahren weiter zur transport firma da müssen wir jetzt ein relativ weites stück fahren nein da wollen wir nicht lang da geht es nämlich zum bauernhof hier nur eine tanke so und jetzt ist schon bergab aber dieser trecker fällt nicht schneller wie zum einen 40er wenn es bergab geht kack egal er behält sein tempo bei hier noch einen schönen parkplatz mit so einem geilen infobrett mit so einem geilen infobrett so da unten ist transport firma hier ist transport firma ja hier gibt es noch weniger zu sehen nämlich nichts schade aber da laufen leute da gehen wir die leute wandern hier was hat der denn für latschen an gesundheitslatschen oder was naja der trecker ist schon eigentlich braun und gar nicht mehr grün wir fahren jetzt zu küstendorf vorher noch bei der schafs weide vorbei obwohl das küstendorf eigentlich hier anfängt hier ist jetzt auch die schafs weide eigentlich mitten im dorf sobald die schafe haben produzieren diese wolle in regelmäßig zeitabständen erscheint hier eine palette mit schafswolle die sie mit einem frontlader zu spinnerei transportieren und dort verkaufen können ok also hier stehen schafe mitten im ort guck dir die auspuffrohr an dann geht da richtig was hier und die bremsscheiben da unten hier der ist nicht schlecht schick schick so wir gucken was wir noch so machen können oder was wir uns noch angucken können wir gucken uns jetzt das küstendorf an dazu schalte ich hier in die groß umsicht damit wir uns auch alles angucken können also das ist schon ein richtig großes dorf jetzt hier fahren wir hier runter zum hafen hier kommt doch richtig urlaubsfeeling auf oder das ist doch wohl geil einfach nur geil zack da drüber das ist doch richtig geil ach wir gehen jetzt mal zu dem leuchttor wir tümpeln die boote irgendwie mitten im dings rum aber hier gibt es sogar einen strand ist das schön oder ist das schön hier sind aber keine leute was ist das denn für ein scheiß aber da muss man wirklich jetzt mal ganz ernsthaft sagen das ist wirklich ganz gut gemacht also hier mit dem küstendorf und so also nicht schlecht kann man leider nicht auf den leuchtturm drauf schade schade ach da tümpeln ach das war nie ja okay ich dachte schon hier kann man mit dem trecker theoretisch sogar über so einen kleinen feldweg herein fahren macht aber ja nicht den größten sinn was will man da am strand da hinten ist noch eine eierverkaufsstelle das ist anscheinend der leuchtturm tankstelle hier im ort ach und hier ist noch eine eierverkaufsstelle haben sie jünger eier bei sich können sie die sich hier verkaufen indem sie einfach das produzierende symbol laufen ja was ist das denn ist hier eine feuerwache im stein oder was soll das darstellen und hier hoch hier noch irgendetwas was soll das denn hier sein ist ja interessant so hier steht unser schmutzfink wir fahren jetzt noch bei der molkerei vorbei und dann sind wir mit unserer entdeckungstour soweit auch durch fürs erste wir werden dann in der fünften folge gucken dass wir schon mal anfangen mit den wir müssen umdrehen mit den ersten arbeiten auf den feldern wir müssen schauen dass wir die arbeiten noch fertig stellen die wir da gemacht hatten in der ersten folge im tutorial die müssen wir auf jeden fall fertig stellen so rechts abbiegen einmal und jetzt wieder rechts und jetzt links und dann sind wir auch schon an der molkerei okay wir haben bestimmt dann auch immer so ein milch truck wieder durch die gegend oh das war nicht geplant ähm ansonsten ist hier auch nichts kann man halt ja ich weiß gar nicht ob wir überhaupt was machen können oder ob die milch nicht einfach abgeholt wird ich glaube nämlich nicht dass man hier irgendwas abladen kann die zapfen ja die milch hier nicht selbst also von daher glaube ich eher mal weniger dass wir hier irgendwas machen können hier könnte man rausfahren dann könnte man zum hof wieder fahren ich würde sagen dass wir das auch machen und dann sind wir durch mit dieser folge und dann werden wir in der nächsten folge anfangen mit dem falsche richtung mit dem äh bearbeiten der felder so jetzt hier hoch dann das ist das ist das ist das ist So, hier sind wir am Bauernhof wieder und wir stellen diesen Trecker jetzt erstmal irgendwo in der Halle, aber wohin ist es jetzt die Frage. Ach, wo stellen wir den jetzt mal hin? Ich würde sagen, einfach mal hier rein. Sauber machen können wir den noch nicht, da müssen wir erstmal eine Kärchermaschine für holen. Wir haben leider auch aktuell keine Maschinen, wo man einen Frontlader dran machen kann, deswegen glaube ich gar nicht, dass wir diese Kärchermaschine überhaupt dann da abholen können. So, also dieses Ding ist auf jeden Fall, ja, dreckig, würde ich mal so sagen. Äh, wie kommen wir jetzt hier raus? Da. Hier liegt noch ein Gewicht rum. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, da geht es dann ans Dreschen oder ans Grubern, entweder oder, das ist die Frage, wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.